Mir sind die Werte Gelassenheit, aber auch Offenheit und gegenseitiger Respekt besonders wichtig. Ich glaube, dass wir in unserer Universität viel erreichen können, wenn wir zusammenhalten und wenn wir die Punkte ansprechen, die uns wichtig sind und uns auch nicht verstecken. Denn ich glaube, wir sind viele verschiedene Gesichter, die auch vieles erreichen können, individuell, aber wenn es im Großen und Ganzen betrachtet ist, doch das Besondere machen können. Denn ich finde die Geschichten, in denen man eine unglaubliche Aufgabe vor sich hat, die man alleine gar nicht lösen könnte, die man aber zusammen mit anderen Leuten dieser Universität, aber vielleicht auch Freunden oder der Familie zusammen lösen könnte, das sind die schönsten Geschichten. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.